Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation und dem Beagle. Mir wurden alle Waffen weggenommen. Wie unberechenbar. Immer die gleiche Scheiße. In fast jedem Spiel wird dir irgendwo alle deine Waffen weggenommen. Ja klar. Ey ohne Witz mal. Ich hatte so viel... Apollo Informationsblatt. Warum sie sich für ein Apollo System für ihr Weltraum Orbitalstation entscheiden sollten. Selbstregulierung und Androidenwartung. Sicherheit durch das Entfernen von syntheten Selbstbestimmung. Verzögerungsfreie Kommunikation. Keine Interferenz. Blitzschnelle Datenübertragung auf der Station. Zuverlässige Leistungsstarke. Selbsterhaltend. Ein echtes Sixenprodukt. Und... Äh nein. Warte doch mal. Alles Fehler. Also nicht viel. Gut. Dann nicht. Das ist eigentlich meine Aufgabe hier. Genau nicht hier hingehen. Ich kann mich trotzdem mal hier umgucken. Okay. Und was habe ich richtig gemacht? Und jetzt muss ich dann wirklich hier hinten hin, ne? Bitte was? Muss ich nicht verstehen, oder? Kann ich nochmal speichern? Ja. Ich gehe erstmal hier gucken. Aber hier ist nicht so viel, Leute. Hier ist fast gar nichts, im Grunde. Na gut, von mir aus. Die Musik ist so, ähm, actiongeladen. Warum? Oh, kühf. Ja. Etwas stimmt nicht mit Ihren Symptomen. Das Team, das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass Sie ständig beschweren über diese unheimlichen... Riccardo, der Leiter ist vorübergehend offen. Die Turbine läuft heiß, Riccardo. Auf vollen Touren. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht nämlich abgeschaltet werden. Sie müssen schnell da rein. Das, was ich gerade schon gemacht habe? Ah? Na gut. Ich hoffe, das gilt einfach so lange, wie ich, ähm, noch nicht da drin bin, weil das wäre ein bisschen unfair, wenn das jetzt schon gelten würde. Okay. Hm. Ich wollte das gar nicht nehmen, Leute, ne? Ich will auch gar nicht wissen, was passiert, wenn ich, ähm... Dass ich das nicht mit dem Maus, äh, hier mit dem Pfeil-Tasten machen kann, ist scheinbar. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beilen Sie sich, wenn Apollos ist... Wo muss ich jetzt hin? Jetzt zu verhitzen, werden Sie neu starten. Werden Sie ja ins Neustart angeleitet. Kommt, der Weg ist wieder nah. Ah. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley. Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hiwis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat... ...dich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon mal recht nett für einen Syntheten. Ach's auch. Ich auch's. Ich weiß nicht. Soll ich's mal mit dem Molotow versuchen gleich? Ich bin nur für den Pfeil. Riccardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Riccardo? Verdammt! Was war das? Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Da hinten. Ganz da hinten. Es ist egal, ob ich rechts oder links rumgehe. Ah, nein. Nein, nein, nein. Nicht egal. Nein, nein, nein. 100,000 5x 8x 8x 5x 9x 10x 9x 6x 10x 12x 10x 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 4x 10x 12x 9x 15x ...verwahrt. Apollo bittet sie während des folgenden Ereignisses um Geduld. Gefahrenandämmung. Derzeit auf Stufe Omega. Danke. Spadding? Etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen sie sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hier drüben ist aber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Ziemliche Beförderung, wie? Ziemliche Beförderung. Okay. Das war jetzt Poes Glück. Fixen. Morgen. Gemeinsam. Was hast denn du da? Aua. 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 Opa la. Ich habe mich selbst angezündet. Egal. Ähm. Zwei Molotovs reichen. Ich glaube bei dem wirkt Elektro nicht. Weil der hat so einen seltsamen Gummianzug an. Na toll. Also ähm. Und der macht auch mehr Schaden als sein Brosies. Nett. Na ja was soll's. Da kann ich nicht hin. Also muss ich hin. Riccardo hören. Der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht. Oh. Return Replay. Ihr Signal ist zu schwach. Riccardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Oh. 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 Äh. Von wo? Ah. Ich werde sie in der Lage sind. Der Böhrt und Böhrt und Böhrt und stirbt aber nicht. Habe ich nicht vor. Ich renne nicht. Aber wann stirbst du? Wo stirbt er überhaupt? Ja. Er stirbt. Nein. Er stirbt nicht. 你的 Kr Zuhause blieh. Euer disturb Berger. Und mach mal wirklich Felipe. Sie wollen gerne nicht fertig! Meine Idee. Hm. Danke. Ich hab keine Zeit. Das Böhrt ist komisch. Das Böhrt ist komisch. Werdet ihr nicht. Lindsey S.: Nein, das ist es nicht. Was habe ich denn da in der Hand? Die Rohrbombe? Ja. Hoppala. Ich habe mich selbst mit in die Luft gesprengt. Aber die Rohrbombe scheint gar nicht so eine schlechte Idee zu sein. Ich muss sie nur ausgerüstet haben. Dann habe ich. Schön. Da nochmal. Ey. Ich kann sie nicht hören, Rippler. Ihr Signal ist zu schwach. Dass sie nicht zu wacht? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Ich glaube, das hat ziemlich gut sogar was gebracht. Habe ich den voll weggewamst? Aufunsichtlich habe ich den voll weggewamst. Okay. Ist von dem nichts mehr übergeblieben danach, oder wie? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Wo bist du? Er ist nicht hier. Ja. Ja, also... Gut. Ist mal was anderes, ne? Rollbomben haben auf einmal eine Bedeutung für mich. Kann ich noch eine herstellen? Nein. Mir fehlt dafür Sensorum. Das macht nichts. Komponent B. Elektroschock. Nee, nee. Ich habe ja noch zwei Sprengkapseln. Sehr gut. Wo muss ich denn hin? Ja, schon irgendwo hier hin. Das hat mal äußerst gut geklappt. Ich bin überrascht. Wo kam denn eigentlich vorhin der dritte her? Soundet gleich speichern. Ich diskutiere mit den Androiden nicht. Ah, ah. Aber nervös machen sie mich trotzdem. Ähm, hier bin ich doch richtig, oder? Ja. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Linker Serverspeicher. Aktiviert. Rechter Serverspeicher. Aktiviert. Durchsuchen Sie die rechte Konsole. Alter, ihr wollt mich doch trollen, oder? Ach, Trudios. Warte mal, geh ich jetzt richtig? Nee, ich geh nicht richtig. Durchsuchen Sie die linke Konsole. Also muss ich jetzt... Na, richtig. Ich geh die zuerst durchsuchen, weil da sind keine Androiden mehr. Hi. Was wolltest du sagen? Ich hab dich sehr schlecht bestanden. Es gibt mir übrigens die Hoffnung... Gott, dass ich... Da ist einer. Okay. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Wo denn? Guckt er mir jetzt? Ich speichere jetzt erstmal und dann überlege ich mir, was ich mache. Jetzt muss ich... Halten Sie über den Zugangsgenerator am Dürmterminal... Wo muss ich denn jetzt hin? Das war ich nicht, ne? Und sich... ...ist schreiten. Ja... Okay, gut. Dann sind jetzt die Molotovs dran. Außer du hast zufällig einen Sensor dabei. Ja, hat er. Das ist ein sehr artiger... Ähm... 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 Warte mal. Okay. Aber dieser Lemurensohn ist mir ernsthaft so weit gefolgt. Das muss man sich mal... ...geben. Okay. Wo muss ich jetzt genau hin? Ich bin mir nicht... Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Halten Sie über den Zugangsgenerator am Dürmterminalzugang. Oh, okay. Oh, okay. Also... Nimm Ladungspack. An die geh rein. Das ist schon... Energie zu kriegen. Ich muss schon auf die Energie ein bisschen hochsetzen können. Irgendwo hier muss ich hin. Ja. Ich kann hier speichern. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Aber hier muss ich doch gar nicht... Oder? Nö, warte mal. Geht das an dem anderen auch? Ja, das geht an dem anderen auch. Also, klettern. Klettern. Hab ich jetzt genug Energie dafür? Ja. Okay. Was muss ich jetzt machen? Tür verschlossen. Ja, nur ohne Witz. Was muss ich jetzt machen? Halten Sie über den... Links... Da... Muss ich jetzt das gleiche hier machen? Okay, anscheinend muss ich das gleiche hier machen. Die ist auch wieder ein anderes. Du hast die mehr Hilfe aus der Wachter, obwohl ich eine Alkohlschaft in der Falle. Nö. Weißt du was? Dies könnte man auch Aufmerksamkeit bedürfen. Oder... Nein. Da... Da ist ein zweiter... Scheiße! Ja gut, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Alleinen hat Unfall. Ja. Los, los. Und vorsichtig. Okay. Dann muss ich gucken, dass ich die beide irgendwie gleichzeitig dahin gelockt bekomme und mit... mit... ähm... einer Bombe... zerlege. Gut, dass ich in diesem einen Raum da gespeichert habe. Ich würde sagen, das machen wir dann aber nächste Folge. Ich... äh... werde hier nochmal diesen... den Strom-Dingste-Blümster machen. Ja, ja. Ähm... Ja. Wie gesagt, ich gucke mal, dass ich die nächste Mal mit einer Rohrbombe beide weghole. Oder was auch immer. Ähm... Das war einfach. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein. König zu mir,